Natürlich habe ich mir auch die Präsentation des langweiligen neuen iPhones gegeben, aber mich interessierte hierbei mehr die Webseite. Wenn man hier scrollt, sieht man wieder alles, was das Frontend-Herz höher schlagen lässt, von jeder Menge Animationen bis zu richtig coolen Scroll-Based-Triggern. Und das sehen wir hier. Wir haben diese coolen kleinen Button, die wie ihr seht einfach verschwinden oder hinzukommen, wenn wir bestimmte Positionen der Webseite erreichen. Wie funktioniert dieser Button denn? Generell haben wir im Hintergrund einen Text und ein Icon. Wir haben zusätzlich die Funktionalität, dass diese Button irgendwann sticky an einer Sektion hängen bleiben, damit der nächste Button wieder einblenden kann. Grundsätzlich also eine richtig coole Funktionalität, um den Nutzer auf einen Call-to-Action hinzuweisen und für uns definitiv einen Punkt, den wir uns mal ansehen sollten. Also los geht's! Wie in jedem meiner Videos starten wir mit meiner Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Video-Überschreibung verlinkt, falls ihr da starten wollt. Generell findet ihr dort auch Discord, falls ihr der Community Hallo sagen wollt oder Fragen zu diesem oder anderen Videos stellen möchtet. Ansonsten legen wir jetzt los, also viel Spaß! So, dann legen wir mal los mit unserem eigentlichen Tutorial. Grundsätzlich erzeugen wir uns als erstes mal drei Sections. Diese drei Sections sind einfach nur Dummy-Daten, dafür, dass ihr später euren Button auch in verschiedenen Sektionen einbauen könnt. Generell haben wir jetzt hier unsere drei Sektionen gebaut und müssen jetzt einfach nur noch den CSS-Part ein wenig anpassen. Hierzu gehen wir in unsere SCSS-Datei und ich kopiere mir hier den Code rein. Aber was genau ist das hier? Ich erzeuge mir einfach nur einen Kontext, der dafür sorgt, dass alle Elemente innerhalb unserer Section gecentert werden, dass unsere Section eine gewisse Größe hat und der Content innerhalb einer Section zum Beispiel 100 View High hoch ist. Allerdings sollte das bei euch generisch sein und dieser Code sollte überall funktionieren und ist nur als Platzhalter gedacht. Wenn ich das abspeicher, sehen wir hier nicht wirklich viel, bis auf dass wir hier jetzt drei Sektionen haben, die mit einer Linie getrennt sind, sodass wir jetzt in unserer Umgebung scrollen können. Das ist also der Ausgangspunkt für unseren eigentlichen Effekt und diese Sections könnten bei euch unendlich viele, unendlich groß oder unendlich komplex sein. Bei uns reicht es einfach nur, wenn wir das als Demo vorliegen haben. Was wir allerdings noch nicht sehen, ist hier dieser schöne Button. Den sollten wir jetzt mal hinzufügen und dafür erzeuge ich mir in meiner zweiten Section einen Link mit der Klasse Call-to-Action-Button. Unsere beiden Schild-Elemente, also den Text und das Icon, möchte ich gerne mit einem Rapper umfassen, um diese besser zu gestalten und zu positionieren. Unser Text ist dabei ein einfaches P-Element mit der Klasse Label und einem Child und natürlich dem Text, den ihr darstellen wollt. Um diesen orangenen Kreis, um unser Icon zu zeichnen, brauche ich ein Diff-Element. Dieses Diff-Element hat einmal die Klasse Icon und die Klasse Child. Außerdem brauchen wir natürlich ein Bild, was wir als Icon benutzen können. In meinem Fall ist das einfach ein Image, wo ich CodePen ein SVG verlinke und natürlich ein Alt-Tecon zufüge. Das Ganze speichere ich jetzt ab und in dem Moment haben wir unseren Button gestaltet. Wenn wir uns das aber mal angucken, sehen wir, das Ganze sieht noch nicht so aus, wie wir das haben wollen und darum sollten wir uns jetzt einmal kümmern. So, dann legen wir mal los mit dem Stylen unseres Buttons. Als erstes erzeuge ich mir eine Call-to-Action-Klasse. Diese Klasse sorgt dafür, dass wir das erste Problem sehr einfach umgehen können. Wir sagen nämlich jetzt, unser Button ist sticky und hat eine Positionierung Bottom 5 Rem. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und nach oben oder nach unten scrolle, dann sehen wir, dass unser Button jetzt an unserem Browserrand hängen bleibt, solange bis wir die Section oder das Ende einer jeweiligen Section erreichen. Damit haben wir schon unsere ersten beiden Anforderungen erschlagen. Das nächste, was wir brauchen, unser Call-to-Action-Button ist ein Link. Diesen möchte ich gerne als Display-Block behandeln, damit die nächsten Elemente wirklich gut greifen. Das erste, was wir nämlich sagen, ist weiter Auto und Höhe 6 Rem. Das speichere ich jetzt ab. Außerdem möchte ich gerne alles rund machen. Das machen wir mit 6 Rem, Border Radius und natürlich Cursor Pointer, damit, wenn ich mit der Maus über unseren Button gehe, wir einen neuen Cursor bekommen. In unserem Call-to-Action haben wir natürlich unsere Wrapper-Klasse. Diese soll als erstes alles in einer Reihe nebeneinander formatieren und zentriert. Wir sehen jetzt, alles ist jetzt nebeneinander, aber irgendwie ist unser Icon weg. Das sollten wir jetzt einmal umgehen, indem wir jetzt unsere Icon-Klasse hinzufügen und sagen, unsere Icon-Klasse hat Position Absolute, aber Moment mal, wenn wir hier Position Absolute verwenden, dann muss unser Parent, damit alles korrekt formatiert werden kann, Position Relative benutzen. Außerdem braucht natürlich unser Wrapper eine Höhe und Weite. Höhe soll 100% unseres eigentlichen Buttons sein und weiter Auto, sodass der Text den Button manipulieren kann. Ich speichere das Ganze ab, aber wir sehen, irgendwie ist unser Icon immer noch nicht sichtbar. Hier sage ich jetzt, innerhalb unseres Icons, unser Bild bekommt jetzt eine Standardgröße, damit sehen wir unser Bild auch wieder und wir können jetzt mit Flex, Justify, Content und Align Items unser Icon einmal zentrieren, sodass es genau in der Mitte ist. Wenn wir jetzt unseren Hintergrund benutzen, also die orangene Farbe, die ihr zu Beginn des Videos gesehen habt als Background Color RGBA, dann sehen wir, wir haben jetzt hier ein Icon und können den ebenfalls mit Border Radius einfach rund machen. Außerdem möchte ich gerne noch eine Höhe und eine Weite unseres Icons vergeben, ebenfalls 4rem und wir haben jetzt einen runden Button. Was allerdings noch nicht so richtig funktioniert, unser Button außerhalb ist noch nicht sichtbar. Wir sehen, wir haben noch keinen Hintergrund. Um diesen Hintergrund zu erzeugen, braucht unser Wrapper eine Background Color. Wir sagen also hier oben unserer CSS-Klasse Wrapper, fügen wir eine Background Color hinzu und haben jetzt einen grauen Rahmen. Auch hier würden wir natürlich gerne einmal zum Beispiel wie hier Border Radius 4rem vergeben und wir können jetzt auch hier sagen, dass zum Beispiel der Text eine bessere Formatierung erhält. Wir sagen also hier oben einfach unser P-Tag soll eine bessere Formatierung erhalten. In meinem Fall soll als erstes dafür gesorgt werden, dass auf gar keinen Fall dieser Text in zwei Zeilen umbricht. Das machen wir mit Whitespace No Rep und Overflow Hidden. Außerdem wollen wir das Default Margin eines Paddings umgehen und wir würden gerne die Font Size etwas größer machen, nämlich auf zwei Rem. Jetzt haben wir hier einen größeren Text und das Letzte, was uns noch fehlt, ist einmal zu sagen, wir haben Padding und hier würde ich gerne nach links einfach sechs Rem vergeben und nach rechts ein Rem. Das Ganze speichere ich jetzt ab und wir haben hier ein Element. Wir können das Ganze jetzt noch etwas schöner machen, in dem wir beispielsweise sagen, dass unser Rapper an sich ebenfalls ein Padding von einem Rem hat und haben jetzt unseren Button, wie ihr seht, genauso gestaltet, wie es auch hier in der Demo schon zu sehen ist. Wir haben also unser Styling abgeschlossen. Aber wenn ich hochscrolle, dann ist unser Button immer sichtbar. Es wird nichts animiert, es wird nichts manipuliert und das ist natürlich nicht schön. Und wie wir das machen können, das sehen wir uns jetzt im nächsten Kapitel an. So, aber wie genau können wir denn jetzt eine so coole Staggart Animation bauen? Das Ganze ist nicht wirklich kompliziert und wir brauchen hierfür nur ein kleines Plugin in JavaScript, nämlich die Greenstock Animation Library. Außerdem brauchen wir damit, wie wir über Scroll Animation alles steuern können, unseren Scroll Trigger als Plugin. Dieses Plugin müssen wir jetzt natürlich einmal registrieren, einfach über gsap, Register Plugin, Scroll Trigger. Das nächste, was wir brauchen, ist einmal unsere fünf Elemente, nämlich einmal unseren Button, auf diese CSS-Klasse unser Rapper, auf diese CSS-Klasse unser Icon, unsere beiden Childs, also Icon und Label und natürlich das Label an sich. Außerdem würde ich gerne, weil ich das mehrfach verwende, auch unsere Duration zusammenfassen als Variable und das nächste, was wir brauchen, ist eine Timeline. Aber wie funktioniert denn so eine Animation-Timeline in Greenstock? Grundsätzlich müssen wir als erstes dafür sorgen, dass unsere Timings aneinander angepasst werden. Das machen wir über das Attribut Smooth Child Timing. Außerdem wollen wir jetzt natürlich unseren Animation Trigger benutzen, nämlich den Scroll Trigger. Und hier wollen wir gerne auf eine Trigger-Class verwenden, nämlich auf Animate Call to Action. In dem Moment, wenn wir das getan haben, in unsere Index HTML gehen, sehen wir hier auch, dass ich schon eine Klasse vergeben habe. Diese Klasse dient nun als Ausgangspunkt unseres Event Triggers. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist, wir wollen das gerne alles mal anzeigen. Das machen wir über Markers True. Jetzt sehen wir, wir haben jede Menge neue Informationen bekommen, nämlich hier oben unsere Start unseres Event Triggers, unser End und natürlich die jeweilige Scroll Event Trigger-Funktion. Diese können wir jetzt manipulieren mit Start und End. Wenn ich die zum Beispiel setze, seht ihr, die Positionierung hat sich verändert. Hier zum Beispiel End ist jetzt auf 80%. Wenn ich hier auf 100% gehe, wäre es genau bündig mit dem Ende der Sektion. Ich fand aber 80% hat besser funktioniert. Generell kann ich jetzt hier scrollen und unser Event würde jetzt triggern. Allerdings haben wir noch keine Animation, die in irgendeiner Weise triggern könnte. Das erste, was wir nämlich jetzt machen wollen, ist einmal in unsere Index HTML gehen und unseren Rapper einfach mal auskommentieren. Jetzt sehen wir unseren Button an sich nicht mehr. Generell wollen wir jetzt innerhalb unserer Style-CSS WIS zu Auto setzen und das wollen wir gerne entfernen. Wir würden nämlich hier gerne 6rem setzen und speichern das Ganze ab. Das nächste, was wir brauchen innerhalb unserer Main.s CSS ist nämlich ein Set auf unseren Default-Button. Ein Set ist eine Definierung von Attributen, die nicht animiert werden. Das bedeutet, wir können zu Beginn sagen, unsere Animation hat Scale 0. Außerdem hat unser Button eine Hintergrundfarbe, nämlich unseren Orangeton. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, passiert aber nichts. Wir müssen nämlich jetzt eine weitere Funktion starten, nämlich .to, auch wieder auf unseren Button. Und hier sagen wir jetzt, dass wir Scale gerne animieren würden, nämlich auf 1.2 mit der Duration, die oben definiert ist. Wenn ich das abspeicher, sehen wir, wir haben jetzt hier einen Button, der jetzt eingeblendet, aber nicht wieder ausgeblendet wird. Das können wir ganz einfach definieren, nämlich mit Toggle Actions. Toggle Actions definieren wir in unserer Timeline hier oben und als erstes sagen wir hier Play. Aber was heißt denn das? Play ist im Prinzip das erste Mal, wenn unser Element erscheint. Der nächste Punkt ist, die nächste Action sozusagen, ist, wenn es das erste Mal verlässt, da soll nichts passieren. Wenn es das erste Mal wieder entert, soll nichts passieren. Aber wenn es das erste Mal wieder verlässt, dann soll es reversed werden. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wenn ich jetzt nach unten scrolle, bleibt unser Element einfach hängen. Wenn ich jetzt nach oben scrolle und den oberen Punkt wieder erreiche, dann wird unser Element wieder weganimiert. Also haben wir jetzt auch die Animationsgrundlage geschaffen, die wir vorhin bei Apple gesehen haben. Das funktioniert also alles schon blendend. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist aber, dass unser Element hier wieder größer wird. Unser Button soll sich ja verändern, unser Wrapper soll sich anzeigen und hierfür kommentieren wir als erstes unseren Wrapper jetzt wieder ein. Wir nehmen also hier und hier unten die beiden Elemente raus und löschen das hier einmal. In dem Moment, wenn ich das tue, sehen wir jetzt hier unser Element und was wir jetzt brauchen, ist nämlich hier eine weitere Manipulation. Wir haben nämlich hier weiter Auto. Wir haben hier unten einen Background. Diesen Background brauchen wir in diesem Fall nicht mehr. Den speichere ich jetzt weg. Und das erste, was wir jetzt nämlich machen, ist auch hier das Padding zu entfernen. Das animieren wir nämlich später ebenfalls. Und auch hier müssen wir noch einige weitere Elemente animieren, wie zum Beispiel Weite und auch zum Beispiel die Höhe, die Sichtbarkeit und alles, was damit zusammenhängt. Wir gehen also zurück in unsere Main.js und definieren uns drei weitere Sets. Als erstes definieren wir uns hier ein Set auf unseren Wrapper, wo wir sagen Scale 0, Background Color soll dunkel sein, aber nur ganz schwach. Dann wollen wir unser Icon animieren mit Opacity 0 und Scale 0. Und unsere Childs an sich sollen Opacity 0 bekommen. Theoretisch können wir das hier oben auch einfach entfernen. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir hier unten. Weiterhin nur unsere Bubble wurde animiert, sonst nichts. Allerdings können wir jetzt durchgehen und die nächsten Steps vornehmen. Was wir nämlich jetzt als nächstes animieren wollen, ist neben unserem Button unseren Wrapper. Wir kopieren das also einmal und sagen, okay, wir würden jetzt gerne hier unseren Wrapper animieren. Allerdings nicht auf 1.2, sondern auf 1.8. Wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier unseren Wrapper animiert. Das ist dieser dunkle Kreis, den ihr hier unten seht. Generell, wenn wir das jetzt gemacht haben, können wir sogar noch weitergehen. Und zwar können wir diese Animation gleichzeitig laufen lassen, indem wir denen einen Namen geben. In meinem Fall sage ich, der Name ist Scale. Das mache ich hier oben ebenfalls einmal. Und wenn ich das jetzt abspeichere und nicht komplett Müll schreibe, dann werden unsere Animationen, wie ihr seht, jetzt gleichzeitig getriggert. Das nächste, was wir machen wollen, ist, wir würden gerne unseren Button animieren von unserem 1.2 jetzt zurück auf 1.0 und wir würden die Farbe gerne ändern, nämlich die Farbe würden wir gerne zurück machen auf unsichtbar. Das Ganze speichern wir als Variable Color. Wenn wir das jetzt hier abspeichern, dann würde ich das gerne auch mit unserem wunderbaren Button hier drin machen, weil der soll ja ebenfalls animiert werden, nämlich unser Wrapper. Der bekommt jetzt Scale 1 und bekommt eine deckendare Hintergrundfarbe, nämlich so einen Weißton. Wenn ich das jetzt speichere, haben wir hier unseren Weißton animiert. Wir können jetzt damit starten, unseren eigentlichen Text zu animieren. Unser Icon bekommt als erstes Scale 1, dann eine Opacity und natürlich auch eine Duration. Wenn ich das jetzt hier alles gemacht habe und das animiere, dann sehen wir jetzt, dass unser Icon eingeblendet wurde. Wir würden das gerne aber ein bisschen verzögert machen, deswegen nutzen wir einen Delay von 0,3. Jetzt ist unser Button eingeblendet. Wir würden auch hier gerne das Ganze als Namen, damit das gleichzeitig ablaufen kann, nämlich als Bounce definieren. Als nächstes würden wir gerne unser Label manipulieren und zwar über ein Set. Wir müssen nämlich jetzt dafür sorgen, dass unser Label als erstes ein Display-Block wird, außerdem links und rechts unser Padding wie der App bekommt, nämlich einmal Padding Left 10 Pixel und Padding Right 60 Pixel. In dem Moment, wenn wir das getan haben, existiert jetzt im Hintergrund unser Padding schon, wir sehen es aber nicht mehr. Um unseren Text anzeigen zu können, müssen wir jetzt nämlich unseren Button animieren, nämlich auf eine Standardgröße, in unserem Fall Width Auto. Außerdem würden wir gerne die Höhe unseres Buttons animieren, auf Height 60 und natürlich eine Duration vergeben, damit sich das Ganze auch korrekt animiert. Wenn wir das jetzt tun, sehen wir, unser Text wurde jetzt zwar wieder sichtbar, also der Button wurde größer, aber unser Text ist noch nicht sichtbar. Und das müssen wir jetzt einfach erledigen, indem wir unser Label animieren. Hier benutzen wir auch wieder die To-Funktion auf unser Label, sagen Opacity 1 und Delay 0.3. Das Ganze speichere ich jetzt ab und wie ihr seht, wurde jetzt unser Text sichtbar und wunderbar animiert. Wenn ich jetzt nach oben scrolle, dann bleibt das Ganze auch sichtbar. Wenn ich nach unten scrolle und das Element den oberen Rand unserer Section erreicht, seht ihr, das Ganze wird jetzt auch ausgeblendet, aber irgendwie sieht das hier noch komisch aus. Unser Button ist quasi sichtbar, obwohl wir hier nicht mehr drin sind. Das wollen wir natürlich verhindern, weil das sieht einfach noch nicht gut aus und das müssen wir auch auf jeden Fall umgehen. So in unserem CSS angekommen, haben wir jetzt nämlich das Problem, dass unser Element hier weiterhin so komisch sichtbar ist. Das können wir als erstes umgehen, indem wir hier oben sagen Scale 0 und als Größe wollen wir hier 6 Rem vergeben. Außerdem ganz wichtig für uns ist, dass hier das Padding aus unserem P-Tag verschwindet. Allerdings, was wir hier brauchen, ist standardmäßig das Display None, weil wir setzen ja hier in unserem Set unser Display auf Block. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann sehen wir hier unten, wenn ich das jetzt einmal aktualisiere, dass unser Element nicht mehr sichtbar ist. Und wenn ich jetzt runter scrolle, wird unser Element korrekt animiert, bis ich ganz unten bin. Und wenn ich hoch scrolle, dann wird unser Element jetzt auch wieder korrekt ausgeblendet. Wir können also jetzt einen richtig coolen Scroll Trigger überall verwenden und animieren und natürlich sollten wir später, damit der Effekt richtig gut wirkt, unsere Marker hier noch einmal entfernen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schreibt doch mal gerne, welche coolen Apple Animationseffekte wir nachbauen sollen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.